Ich bin Rebekka Dreyer, ehemalige Leistungsschwimmerin mit Doping-Affäre, 32 Jahre alt und wahrscheinlich für den Rest meines Lebens alleinerziehend. So, herrje, dann legen wir mal los. Also, wir haben ja einiges vor uns heute. Das heißt, Sie sehen ja schon ganz gut aus. Ich war vorbereitet auf alle Luxusprobleme unserer Wohlstandsgesellschaft. Kardiotraining. Auf Intrigen von gefrusteten Frauen und hilflose Annäherungen von testosteronarmen Männern. Ich kann nicht mehr. Besonders Sportler, die durch einen uneffektiven Stoffwechsel gehandicapt sind. Die einzige Person, die mir noch gefährlich werden konnte, war meine Kollegin Saskia Sommer. Das fühlt sich auf jeden Fall schon sehr gut an. Wir brauchen zunächst intensives Kardiotraining. Ich scheine an großen Spaß am Quälen zu haben. Kommen Sie mal mit. Tief einatmen. Und ausatmen. Und? Ich kann nicht mehr. Der Nerv. Langsam. Langsam. Also, wenn ich hier drücke, dann müsste es eigentlich besser werden. Hallo, Sander. Kommen Sie mal runter. Das könnte interessant werden. Vielleicht noch ein bisschen tiefer? Hier? Ja. Oh ja, genau da. Vorsicht, ich dreh Sie jetzt, ja? Wir müssen versuchen, den Musculus Serratus Posterior zu dehnen, um den Pass Lombalis wieder einzurenken. Was? Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Ich suche die Röntgenbilder von Herrn Schreiber. Aber weißt du, wo die sind? Ich hole sie dir noch. Sorry. Das ist Ihnen für mich ein Fall von Naterieller Hypertonie. Das könnte erblich bedingt sein. Bis später. Bis nachdem. Ben. Hey, ne? Ich dachte, ich komme mal wieder raus. So wie früher. Magst du einen Tee? Komm. Warum hast du eigentlich vorher nicht angerufen? So wie früher. Okay, also die Wahrheit ist, ich habe mich gefragt, warum die Fischer da hier seit zwei Monaten nicht mehr trillern. Und was hat das damit zu tun? Im See ist noch eine Menge Wasser. Stimmt. Man muss nur rankommen. Wieso ausgerechnet meinen See? Ich mag deinen See. Ich glaube, das Verschwinden der Otter hängt mit plötzlich ansteigenden Glyphosatwerten im Wasser zusammen. Interessant. Setz dich. Sag mal, dein Vater produziert doch nur Impfstoffe in seiner Fabrik, oder? Huppala. Verdächtigst du uns etwa? Ach, Quatsch. Ben. Wen interessieren diese Scheißviecher überhaupt? Außer dich. Der Weltretterin. Weißt du was? Ich muss immer an uns denken. Lügelin! Ich habe wieso geliebt? Oh. Am Ende sind wir doch alle bloß Otter, oder? Ich habe wieso geliebt. Ich habe wieso geliebt. I love your style I love to, to, to say